Ja, damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mod Tutorial. Ich wurde indirekt im Forum gefragt, wie man denn die Gleise in einem Bahnhof ändern kann. Hauptsächlich ging es darum um die Gleisgeschwindigkeiten und ich mache jetzt für euch heute darüber ein kleines Tutorial. Was wir dafür brauchen ist einmal ein Mod, der sozusagen verschiedene Gleisgeschwindigkeiten beinhaltet. Ich empfehle euch hierfür die Drag Rules Plus aus dem Workshop. Die sind ganz einfach zu finden. Ihr geht hier unter Transport Fever und dann könnt ihr hier einfach Drag Rules eingeben, zusammengeschrieben. Und die Basic Version, da sind bloß ein paar Geschwindigkeiten drin. Ihr könnt einfach die Plus Version nehmen, macht nicht viel Unterschied. Und den abonniert ihr einfach und dann schauen wir weiter. So, so sieht der Mod nämlich aus. Und da gehen wir jetzt erstmal unter den Ordner res. Config, drags. So, hier sehen wir alle möglichen Gleisgeschwindigkeiten, die dieser Mod beinhaltet. Nochmal kurz hier drauf angesprochen, das wäre die Basic Version, das heißt da hätten wir nur Schienen von 40, 60, 80, 90, 100, 120, 125, 140, 160. Und bei der Plus Version haben wir bis 100 in allen Fünfern und ab da auch im Highspeed-Bereich haben wir dann ziemlich viel, wo noch drüber hinaus geht. Wir haben Gleise bis zu 600 kmh. So, wie ändert ihr das Ganze dann in eurem Bahnhof? Ich mache das Ganze Beispiel mal an einem Beispiel von Tom. Jetzt nicht stören lassen, dass hier Juli steht. Ich habe diese Dateien selber umgeschrieben. Dazu später mehr. Also, wir gehen nun hier rein. Wir gehen hier auch unter Res Scripts. Ne, Entschuldigung. Construction Station Rail bleibt ja nichts anderes übrig. Und dann haben wir hier eine Construction Datei. Nicht wundern, die heißt hier Tom Passenger. Ja, nicht nach dem Namen gehen. Und dafür empfehle ich euch Notepad++ für die Editierung. Und da finden wir dann mit STRG-F finden wir dann Drag-Type. Besser gesagt, wir suchen nach Drag-Type. So, hier wird es uns schon angezeigt. Hier hat der liebe Modder die Drag-Types eingegeben. Und zwar haben wir jeweils ein Fenster. Und zwar Standard und Highspeed. Daraus können wir jetzt unsere beliebigen Gleise machen, wie wir wollen. Ich zeige euch das Ganze mal so. Standard, ganz normal, unsere 120er Gleise. Highspeed, unsere 300er Gleise. Jetzt könnten wir hier, wenn wir diesen Mod aktiviert haben, könnten wir hier jederzeit hinschreiben. Ich sage jetzt einfach mal, wenn wir eine Durchfahrt haben wollen von 60 kmh, können wir einfach mal nehmen. Drag-Rule-Basic-060. Denn genau so heißt unsere Datei von diesem Mod. Und wenn ihr jetzt in eurem UI-Fenster auswählt Standard, hat dieses Gleis nur 60 kmh. Das Ganze geht natürlich auch mit dem Auswahlfenster Highspeed. Ihr könnt das Ganze auch einfacher machen, indem ihr einfach hier das anklickt. Und das rüber kopiert, weil dann passiert euch schon mal kein Schreibfehler. Wichtig dabei ist, dass ihr immer darauf achtet, dass am Ende Punkt Lua steht. Zudem muss der ganze Name in Anführungsstrichen sein. Ja gut, da speichern wir alles mal ab. Ich speichere das natürlich nicht ab, denn das würde natürlich mein Mod verändern. So. Das Ganze findet ihr auch zum Beispiel in dem Bahnhof Plus. Der ist ein bisschen größer, die Datei. Wir müssen immer in die Construction-Datei gehen. Da empfehle ich dann einfach STRG-F für Suchen. Da suchen wir dann auch nach Track-Type. Und sehen dann auch schon, wir haben hier unten auch wieder Standard-Lua und Highspeed-Lua. Das sind unsere 120 beziehungsweise 300er-Gleise. Da können wir jetzt zum Beispiel auch sagen, ich möchte jetzt ein Gleis mit 30 haben. Also nehmen wir uns diese Datei. Die kopieren wir uns dann sozusagen hier rein. Wie gesagt, wieder wichtig, Punkt Lua am Ende. Und wir möchten dann als Highspeed, möchten wir dann zum Beispiel bloß 200er-Gleise haben. Ja, ich möchte es nicht öffnen, sondern kopieren. Dankeschön. No. Dann möchten wir zum Beispiel hier nur 200er-Gleise haben. Dann können wir das auch wieder speichern. Und dann müssen wir den Mod aber neu bauen. Beziehungsweise ihr könnt ihn dann kurz upgraden. Beziehungsweise dann wieder downgraden. Upgraden reicht auch, wenn ihr einen zweiten Straßenanschluss hinsetzt. Das müsste dann im Grunde gehen. Ansonsten einfach neu bauen. Die Stationen lassen sich normalerweise 1 zu 1 ersetzen. So, ich speichere das natürlich auch wieder nicht ab. Ihr speichert das dann bitte ab. Und so kann man dann im Grunde seine verschiedenen Gleisgeschwindigkeiten in seinen Bahnhof bringen. So, wer möchte natürlich nicht mehr Auswahlmöglichkeiten haben, das ist jetzt sicherlich möglich mit der Common API von, hier sag ich schon, von ISOs. Das ist jetzt mittlerweile möglich. Aber wer das Ganze natürlich noch manuell steuern möchte, das geht so. Wer mehrere Versionen von diesem Bahnhof dann später haben möchte, ist dann ganz wichtig, dass ihr einerseits jedes Mal den Mod kopiert. Ich mach jetzt einfach mal. Ich nehm jetzt hier meinen Mod. Mach da eine Kopie von. Und wichtig ist, dann schreibt ihr das wieder weg. Wichtig ist, dass der nicht gleich heißt wie irgendein anderer Mod, der hier noch drin ist. Das heißt, ich würde jetzt hier zum Beispiel Juli 2 machen. Und dann... Okay, Juli 2 gibt's anscheinend schon. Dann würd ich jetzt zum Beispiel Juli 3 machen. Oder Juli 4. So, das ist dann ein extra Mod. Und der ist aber erst extra, wenn wir die Construction Datei auch umbenennen. Dann würdest du hier zum Beispiel wieder einen Juli 4 hinmachen. Müsst ihr kurz gucken. Genau, dann müsst ihr in der Construction Datei, müsst ihr hier oben die oberste Zeile im Grunde nicht ändern. Genau, Entschuldigung. Dann müsst ihr die nicht ändern, denn... Ihr behaltet sozusagen die bei ihr, ändert ja nur die Construction Datei. Im Grunde könnt ihr auch das andere rauslöschen. Aber ihr könnt's auch einfach drin lassen. Also, ich lass die Dateien immer drin, weil es kann ja mal sein, dass ein Mod da kaputt gehen kann. Dann hab ich noch sozusagen einen Ersatzordner. Und dann müsste das Ganze dann in eurem Spiel verfügbar sein. Wenn ihr noch weitere Fragen habt oder Fragen allgemein zu Mods, dann könnt ihr die gerne jederzeit unten in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.